Guck mal Satir, du machst glaube ich gerade nur Strip-Mining, ne? Also nur Gangboden, dann links, rechts, links, rechts die ganze Zeit, ne? Ja. Bau dich einfach die ganze Zeit nur geradeaus. Ja, ist echt so. Ich finde da auch immer mehr, wenn du einfach nur geradeaus gehst. Ja, das bringt viel mehr. Ist echt so. Okay, kommt der dann langsam mal aus meiner Mine raus und... Oh, diese scheiß Skeletter, ich muss auch vereiern, ne? Wie kannst du mich treffen? Oh, nice gold. Ach, genau, komm bitte rüber, genau, komm bitte rüber jetzt. Ja. Komm, stechen wir das, wir stechen wir ab. Nice, mein Bogen. Verdammt, egal. Egal. So, bam, bam. Jetzt bin ich wieder auf meiner Mauer. War das noch ein Skelett? Jetzt Combo. Nice, weggerackt. Und ein Creeper ist unter meiner Mauer. Schon wieder Diaz, geil. Guck mal, Satir fühlt sich glaube ich ein bisschen verarscht. Alle Dias seid hier nicht. Oh, ist noch ein höher. Glaub ich eigentlich. 20 Dias. Ups, was bräuchte ich denn hier gerade? Er ignoriert uns jetzt. Ja. Nicht gut drin, ne? Habe ich gehört. Zack. Zack. Verdammt! Was ist das für eine scheiß Mauer, die ich hier gerade baue, Mann? Die stünden hinten und vorne nicht. Hello, it's me. Hello. Oh, kack, hier gibt's kein Optifine. Dein Ernst? Ist es dir jetzt aufgefallen? Ja, es läuft in Sita Vida Dias. Geil. Geil. Ich bin halt so ein richtig krasser Trigger-Typ hier. Ähm... Bom. Satür, gib Flasches raus. Er hat was zu tun. Cool. Warum sagt er nicht Bescheid? Keine Ahnung, er hat mir eine Nachricht geschrieben und ich hat gesagt, ich soll's dir sagen. Jetzt habe ich's dir gesagt. Kann sein, dass ich mich verlaufen habe. Okay. Sehr. Aha. Ach, bei dir. Ähm... Scheiß, aber nein. Nein. Apfeltasche hat das Spiel verlassen. Axel. Apfeltasche ist Gipfelasche. Ich nenne in eure Apfeltasche. Mach das. Ist nicht witzig, brah. Ist nicht witzig. Doch. So. Jetzt mal wieder rauf auf die Mauer und dann nochmal hier einmal rumrennen. Komm, Dias. Komm. Ist schön für dich. Ist schön. Ich geb's auf heute. Ich hab ein Metall gefunden, in dem ich mich verlaufen habe. Metall. Du hast Metall gefunden. Wir sind nicht in Ark. Ach, mach mal Metall. Echt. Hier findest du kein Metall. Das heißt hier immer noch Eisen. Ich bin ja so richtig genervt. Eisen. Halt Eisen, man. Nein, ich schwöre, ich hab mich verlaufen und ich hab dabei Eisen gefunden. Ja, cool. Ja, Junge, wenn ich... Ja, und? Das ist doch nicht schwer. Oh, dicker Eisen. So was kannst du angehen, wenn du Dias gefunden hast. Halt die Schnauze, du Scheißgauel. Okay. Ich hab die. Na ja, so ein Scheiß-Esel, der holt sich die ganze Zeit rum. Hey, ich wette, irgendjemand hat das extra gemacht. Hat hier extra die Fackeln weggebaut, damit ich... nicht mehr rausfinde. Baut dich einfach hoch. Aber nicht straight. Ey, so was würden wir doch niemals tun. Das war ich. Verreckt, glaub ich, an Wasser, aber... So, meine kleine Kackmauer ist erstmal fast fertig. Oh, das sieht hier aus scheiße aus. Bau nochmal fix neu. Alter, warum... Geht bei mir immer alles kaputt? Kurz bevor ich mit irgendwas fertig bin, geht's kaputt. Nice. So. Oh mein Gott, ich glaub, ich hab nicht mehr genug dabei. Kann das sein? Komm, das muss reichen, das muss reichen. Nein. Nein. Meine Katze. Da muss ich ja Stein holen, ey. Oh Gott. Hier ist auf einmal wieder Licht. Und Eisen. Ja, ich bin halt ein leuchtendes Beispiel, ne? Kann ich auch nix für. Ist einfach so. Und? Was ist hier noch? Ey, hol mir auf's beleidigen. Was ist da unten? Hast du deine Sachen verloren? Meine vier Dears heißen... Nein. Ich dachte... Meine vier Dears sind Lava. Warum baut ihr alle immer so nah bei mir dran, ne? Geht weg von mir. Wer baut hier Blöcke ab? Ach gut, da hat sich wieder einer unter. Weiße, meine ganzen Dears sind Lava. Äh, Creeper? War hier gerade noch einer? Ach, der ist hier reingelaufen. Ich steck dich sowas von ab, Mann. Ich überlebe! Easy. Nice, ich hab gleich Level 30. Dann werd ich meine Dinge verzaubern. Okay. Hast du ein Level 30-der Zaubertisch oder was? Nee, mach ich mir dann. Ja. Aber erst mal Level haben danach. Ja, ich hab übelst viel Leder. Nääääääääää... Da-da-da-da-da-da-da-da-da... Ich glaub, wir haben zwei Stacks oder so. Meine geht echt zwei drunter, ey. Läuft, halt, ja. Und hast du auch so viel Zucker raus? Und in dem Moment hast du mal eine Truhe rausgenommen. Boah. Muss ich... Nee, das wird, glaub ich, ein Problem. Mh, da. Wenn ich jetzt ersaufe, ne? Let's go. Da hast du Pech gehabt. Das Tier, wie lange nehmen wir eigentlich noch auf? Verpiss dich, Katze. Wie lange nehmen wir schon auf? Wir sind jetzt bei 1 Stunde 15 Minuten. Das heißt, auf 45 Minuten, dann ist es zu Ende. Aber ich erwähne es immer wieder gerne. Wer nicht will, der kann gerne gehen. Außer, ich muss jetzt über... Oha, ich hab überlebt. Oha, Katze, danke. Was, Kotze? Er hat eine Katze und er redet öfters mit seiner Katze. So, ich hab gerade versprochen, oha, Kotze, danke. Er kotzt dich so ein. Ja, manche sind halt froh, wenn's läuft, ne? Ich verlasse, ne? Ja, okay. Schorri. Boah. Hatte einfach keine Bock mehr. Ich wär aber kurz vorm Verhungern. Dann pack doch die Sachen bekommst. Ich bin 10 Kilometer von den Häusern entfernt. Ja, dann kill dich. Dann tue ich doch irgendwas. Aus dem Futterteil gerade so, wie's klingt. Ja, irgendeine Müsli oder so. Ey, Katze ist hier gerade die... will mein Müsli essen. Ja, dann Finger weg von ihrem Müsli, ne? So, was könnte ich doch noch bauen? Wie könnte ich die Mauer noch schöner machen? Weil die sieht so echt kacke aus. Was ist denn dein scheiß Problem, Mann? Nur ohne mein Team. Okay, lassen wir, lassen wir einfach mal so stehen. Ich kann auch was anderes stehen lassen. Alter, Digga, Junge. Wissen Sie, der witziger Typ, Mann. Ist dir das? Je, Mann. Weizen, Weizen. Weizen, Weizen. Oh, ne, das G-Term streamt gleich. Oh, ne, das findest du nice, Mann. Alter, 18 Uhr streamen Gronkh mit Funken, Mann. Das ist nice. Ich guck Gronkh nicht so. Das ist nicht so mein Typ. Raus aus meinem Spiel gerade. Los, raus. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte. Gronkh ist geil. Gut, kannst drin bleiben. Ähm. Warte mal, wie war das mit Melonsamen? Da kommt doch so ein fetter Block raus. Also das heißt, wir müssen doch irgendwie... Und dann musst du die umcraften. Zwei Blöcke brauchen. War ne Melone, ne? Ich glaub ne Melone. Watermelon. Stimmt ja, stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja. Dein Ernst? So. Ich bin davon... Ja, der kriegt keine Frau. Warte, was? Wen hab ich eigentlich meinen Eimer gegeben? Und wann krieg ich den wieder? Danke für die Antwort. Irgendeinen hab ich meinen Eimer gegeben. Ach so, ja, ja, hier. Ich geb dir den. Wo bist du? Na, guck mal, hierhin könnte ich auch noch was ran bauen. Stimmt. Könnte ich auch mal easy hochklären. Bam. Bam. Mark Bernard. Na komm. Boah, dein Ernst? Meine Katz hat voll Angst. Hör dich vor dir auch. Oh. Hast du ein Headset? Ruhig. Was ist los? Was ist los? Was willst du machen? Hast du ein Headset? Nee. Nein. Willst du was machen? Wie viel redet ihr gerade? Wie viel redet ihr gerade? Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt mal eine Diapic drauf geht. Wie viel braucht man nochmal für den Zaubertisch? Äh, du brauchst halt die Diapic, also drei Diamanten und dann brauchst du für den Zaubertisch zwei. Ja, zwei was? So, das dürfte jetzt rein theoretisch nicht reichen. Zwei Diamanten. Das ist schon mal eine Ahnung. Das geht, das geht. Doch. Oh mein Gott, ich wäre fast in Nava gestorben. Es ist kein Witz. Digga. Digga, was? Meine zwei Diablöcke wären weg. Oh mein Gott. Was? Oh mein Schade. Schade. Alter, ich sei jetzt mal ehrlich, ich wäre richtig geraged, ne? Alter, ich auch. Oh, Digga. Ja, gut, vielleicht nächstes Mal, ne? Mein Puls auf 180. Alter, mein Puls. 429. Ich um meinen, ich um meinen Puls. Ich um meinen Puls. Ich um meinen Puls. Ich um meinen Puls. Alter, Junge. Der Mann wäre auf 0 geblieben, wie sonst auch immer. Richtig krass. Dein ganzer Körper vibriert gerade, alter. Ey! Was soll die Scheiße? War ich nicht. Wolltest du dich gerade hier durchbauen, damit du dich rumlaufen musst, oder was? Nein, sag dir, ich hab doch meine Diablöcke. Kill ihn, kill ihn. Warst du gerade echt so faul und wolltest dich da durchbauen, nur weil du dich da rumlaufen, weil du dich rumlaufen wolltest? Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Und ich war zu faul, um nicht rumzulaufen. Alter, du bist so ein faules Schwein, alter. So, erstmal alles safe. Alter, ich zocke hier wirklich mit den faulsten Leuten, die ich jemals in irgendeinem Projekt hatte. Ist der Wahnsinn, alter. Boah, haben alles gesaved. Oh, du hast hier eine Tore reingepackt, ne? Hey, ich bin überhaupt nicht faul. Ich würde eher sagen, Ender-Chase. Wo standen jetzt eigentlich nochmal die Ender-Chase? Das würde mich mal interessieren. Bei welchem Haus stand die? Bei meinem Haus. Dein Haus ist, ähm, wo? In der Nähe. Danke für die Angabe. Das ist mit dunklem Eichenholzdach und das sind auch Steinziegel. Ja, ich hab's gesehen. Ey, Digga, wenn du Müsli-Futterst, ne? Kannst dich auch muten. Müsli ist aufgegessen. Geil. Sati, ich hab ein Geschenk für dich. Schön. Denk ich mal. Wirst du etwa jetzt das Spiel verlassen? Nein. Was Besseres. Es gibt nichts Besseres. Alle werden gleich das Spiel verlassen. So, wieder zurück zu meinem Haus. Ich würde jetzt irgendwas bauen. Das Dach, ich hab kein Dach auf meinem Haus. Das fackt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab. Sein Headset ist unten. Besser. Ja. Ey, das ist echt für den Arsch, man. Ich guck mal kurz auf meine Xbox-Startseite, wie voll mein Akku noch ist vom Controller. What the fuck? Der ist fast voll. Ich hab den noch ganz kurz dran gehabt. Lol. 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 Ich würde jetzt eigentlich gerade mal interessieren, wie man nochmal Blöcke zu dir craften kann. Indem man den Block sucht und dann rummacht. Mhm. Mhm, 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 mhm. Joa, ich denke mal, ich hab alles gemacht. Obwohl, ich kann doch nur das hier reinhauen. Und eigentlich gleich wieder runter in die Höhle. Aber wir suchen mal wieder was Neues. Weil mir langweilig ist. So fucking langweilig, man. Kein Plan, was ich hier noch machen soll. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Ähm... Warte mal. Das kann ich hier noch reinhauen, ne? Das kann noch rein. Oh. Wollen wir nur so viele Reds down hier drinnen? Ah, scheiß drauf. Der Minecraft-Sound klingt so ein bisschen wie so ein Halloween-Sound gerade. Ist cool. Ja, voll der Halloween-Sound. Ja, richtig krass, Mann. Alter, ich grusel mich gerade richtig. Weißt du? Ich hab gerade richtig... I jizz in my fucking pants, Mann. Okay. I poop my pants. Mhm. I have poop. I have pants. I have poopy pants. Oh, Small, Digga. Einfach Schnauze halten, Digga. Habt die Fresse voll von dem Ding, ne? Ich hab ne WhatsApp-Gruppe. Jeden Tag, wenn ich reinschaue, jeden Tag, wenn ich meine WhatsApp-Gruppe reinschaue, ne? Hat irgendeiner diesen Scheiß gepostet. Okay. Das regt auf. Du armer Bull. Ja. Was glaubt ihr? Ihr schickt irgendwelchen Leuten ein Bild und die posten es dann nochmal in die Gruppe, weil die dann denken, hör, ich bin der Erste, der sich in die Gruppe reinpostet, ne? Und dann postet es jeder rein. Und dann hast du irgendwie fünf oder sechs Mal dasselbe Bild in WhatsApp drin gehabt und jedes Mal hat dein Handy das runtergeladen. Dein Datenvolumen ist einfach mal so schnell weg. Das fuckt ab. Ich weiß gar nicht, mein Datenvolumen, ich hab... Ich bin der Erste, der für Dier ist, nach For Underman. Alter, der bräuchte nicht so rein. Nach For Underman, das ist interessant. Nach For Anderman. Die Wortwahl. Ich hätte auch schon längst Volldier machen können. Ich hab auch genügend Diers dafür, aber... Ich auch, Hust. Ich hatte vier Diers und bin gestorben. Mi, 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 mi. Ich hätte auch fast meine drei Dier-Blöcke verloren. Mi, 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 mi. Bleine. ob in der meine scharfe geschehrt sprung die nummer auslacken um es geht ich habe noch heute interessant ich verschenke eine eisenrüstung Da wollen echt ganz viele Leute in der Eisenrüstung Ich mach dich mit nem Stock kaputt Sicher? Alter, bist du ein richtig krasser PvP-Profi, Alter Ich weiß Ganz sicher, dass du mich mit nem Stock kaputt machst Ich weiß Das sieht grad so voll komisch an Ich weiß Ich weiß Ja, ich weiß Hörst du mir Töter? Yeah, Mann, Alter, noch mehr Redstone gefunden Wow 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 Warum denn ein Haus aus Redstone, Alter, weil ich so viel habe Interessant Noch mehr Eisen Yeah, Mann Geil, steh ich voll drauf Da geht's Nein Wow, Digga, warum bist du so laut, Mann Oh, nee, Digga Ich bin dieser Frau Nee, er ist einfach viel lauter als alle anderen Das ist so Boah Eisen Eisen Bobben Ich verschenke Golderz Ich denk mal an Satir Dann ist er doch nicht so traurig, dass er keine Dias Nicht so viele Dias gefunden hat Nee, 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 behalten wir deinen Scheiß Behalten wir deinen Scheiß Ich werd's euch schon alle zeigen, Alter Ich werd's euch allen zeigen Ich komm ja mit meinem Dias Haus, ne Nice Fünf Gold, Epple Aber dann können wir alle am Arsch Und ich baue mich immer weiter Und weiter Erst kann ich eine Melone Eine Melone Latir, guck dir mal dein Haus an Ja, Splasher, dafür hab ich einen Dungeon gefunden, ne Ich meine einen Spawner Ja So wie's aussieht Zombie Spawner gefunden, easy Ja Was? Guck dir einfach dein Haus an Ach, nee, weh, Alter Ich hab hier grad einen Zombie Spawner gefunden, Mann Müsst ihr mich dann auch nicht echt mehr untertroppen? Lass mir Mobfarm machen, lass mir Mobfarm machen Lass mir Mobfarm machen